In diesem Video meines Crashkurses möchte ich dir zeigen, wie du außerhalb eines Teams mit der Funktion Anrufe einzelne Personen oder auch mehrere Personen zu einem Sprachanruf oder zu einem Videoanruf einladen kannst. Manchmal ist es notwendig, dass man nur eine einzelne oder mehrere Personen anruft. Es ist nicht immer notwendig, das Ganze über eine Besprechung in einem Team zu machen. Da man vielleicht diese Besprechung nicht immer mit einem ganzen Team führen möchte, sondern vielleicht nur mit einem Kollegen, einer Kollegin oder einem Schüler oder einer Schülerin oder mehreren. Das kann man nun über die Funktion Anrufe links im Menü bewerkstelligen. Mit einem Klick auf Anrufe kommst du nun in das Anrufsfenster. Links unten gibt es den Punkt Anrufen. Hier kann ich den Namen eingeben und nun bekomme ich beispielsweise alle User mit dem Namen Test vorgeschlagen. Ich möchte nun den Testschüler anrufen. Mit einem Klick auf Testschüler wird dieser nun ausgewählt und ich könnte jetzt auch noch mehrere Personen einladen. Zum Beispiel möchte ich jetzt noch den Testteacher dazu einladen und vielleicht auch noch den Testuser. Dann habe ich als nächstes die Auswahl, möchte ich einen Sprachanruf tätigen oder möchte ich einen Videoanruf tätigen. In diesem Fall möchte ich einen Videoanruf tätigen. Nutzt du Teams über dem Browser, musst du natürlich noch der Verwendung des Mikrofons und der Kamera zustimmen. Ich klicke also auf Zulassen und nun wird die Verbindung aufgebaut. Wenn die Verbindung nun aufgebaut ist, siehst du jetzt, dass der Testschüler seine Kamera nicht aktiviert hat. Das heißt, ich bekomme nur seine Initialen angezeigt. Rechts unten siehst du jetzt auch noch den Testteacher und den Testuser. Klicke ich nun auf Teilnehmer anzeigen, sehe ich nun, wer aller in diesem Anruf ist. Und es ist erkennbar, dass der Testteacher und der Testuser im Moment nicht verfügbar sind. Ich kann mich also im Moment nur mit dem Testschüler unterhalten. Brauchst du jetzt noch eine zusätzliche Person in deinem Videoanruf, kannst du hier über jemanden einladen. Diese Person auch noch einladen. In diesem Fall zum Beispiel noch Test Stangl. Und Test Stangl wird nun auch noch angerufen. Ist der Anruf beendet, kannst du wieder auflegen. Und schon ist der Videoanruf beendet. Du wirst dann noch gefragt, wie die Anrufqualität war. Und dann kannst du dieses Fenster wieder schließen. Nach dem Schließen gelangst du nun in die Chatübersicht. Da in der Chatübersicht ebenfalls dokumentiert wird, mit wem du telefoniert hast. Du siehst hier also die Anrufe, die ich bereits getätigt habe. Und du kannst auch aus dieser Chatoberfläche jemanden anrufen. Wenn du beispielsweise gerade mit dem Testteacher in einer Chatkonversation bist, brauchst du nur in das Fenster für die neue Nachricht zu klicken. Und es erscheint oben sofort wieder die Möglichkeit Videoanruf oder Sprachanruf. In diesem Fall wähle ich einmal den Sprachanruf und ich rufe den Testteacher an. Ähnlich wie beim Videoanruf, sobald jetzt die Verbindung steht, kann ich wieder klicken auf Teilnehmer anzeigen. Und könnte jetzt auch zusätzlich noch einladen, beispielsweise den Testschüler. Den Anruf kannst du wieder über das Auflegen-Symbol beenden, wieder die Abfrage der Sprachqualität und du landest wieder in der Chatübersicht. Nun bist du gerüstet, Sprach- und Videoanrufe mit Personen zu tätigen. Dabei wünsche ich dir viel Spaß! Das war's! Untertitelung des ZDF, 2020